willkommen zurück zu einer neuen folge von wolfenstein 2 endlich mal wieder hauptquest und hier können sie ein bisschen umschauen andere seite der mauer da scheint was zu sein ich glaube ansonsten müssen wir auch gar nicht so unbedingt hier schleichen glauben ich dass hier irgendwelche gegner um brennen gut hier kommen wir nicht rein so schon bringt aber nichts weil nichts interessantes da drin ist dann klopfen wir doch mal an ok eine konzept zeichnung ok schön so spielzeug haben wir new orleans ja gut da kann man also man hätten fehlt noch 1 in roswell habe ich beide nicht gefunden wie gesagt das mache ich vielleicht später noch mal irgendwann das ist ja noch mal hin zurückkehre jetzt möchte ich aber erstmal ein bisschen vorankommen hoch da wuselt ja schon was eventuell über mir glaube ich auch etwas dickeres habe ich so den eindruck haben wir schönes waffen dazu was zu essen 100 mitnehmen roboter technik jawoll mehr roboter technik das war nichts keine sorge ja der andere wird wahrscheinlich da oben irgendwo sein oder da unten aber hey schon mal einer weniger der hier stress schieben könnte das könnte ja mal versuchen nicht nur durchsuchen sondern auch mal versuchen na dann wo ist er ich bin doch hier gerade am töten hört doch mal auf drauf zu ballern das tut weh hübs moment nachladen jetzt und tot ja ich halte nicht viel aus auf dieser schwelle ich hätte glaube ich echt eine schwierigkeit unterstellen sollen also hier kriege ich halt doch ordentlich auf die fresse muss halt leider doch relativ viel immer neu machen ist er da oben ne der scheint da unten zu sein na na da ist schon wieder die muni weg ah das ist jetzt hier dieses nagelgewehr so 50 der ist ja ich glaube der hat es ja einfach komplett zurückgezogen ich muss noch sagen dass ich mir gefällt mir so langsam problem dass wir halt ich werde nicht glaube ich echt noch erledigen müssen vorher ist glaube ich tot scheinbar so wahrscheinlich war ja das da hinten mach mal ja das war tatsächlich so was dann schnapp ich mir da mal noch den enigma code dann müssen wir mal gucken wo es weitergeht speichern wir mal fix das ist nicht optimal gelaufen aber besser als gar nichts ach da kommt sogar noch besuch guck mal da so das wärs danke für die muni soweit perfekt ich sollte meine waffen mal aufrüsten das können wir machen zwei stück haben wir da ja so ich werde den schock haben wir noch ein bisschen was reinpacken maschinenpsohler haben wir komplett die anderen benutze ich halt nicht so großartig erweitert das magazin mache ich mal da noch rein super ladung vergrößerter tank nehmen wir das mal vielleicht auch nicht so schlecht okay blazkowitsch zum alten american bank gebäude dort haben sich horten und seine leute verschanzt finden sie sie gewinnen sie sie für unsere sache du heiliger american bank als wäre der dollar noch was wert ja wie im wahren leben klatsch krokodile fällt mir gerade ein vielleicht war das doch jetzt nicht so sinnvoll na du da ist jemand bündchen ist halt auch noch da nö nö was habt ihr euch nur so eingebildet nicht so wirklich viel muni damit bleiben vielleicht bei der waffe nicht so wenn man irgendjemand durch feuer erledigt So, ich würde gerne mal hier rein Mich hier drin mal umschauen Einfach nur, um mal zu gucken, was es hier Schönes gibt Aber da bringt das Vieh hier Leute um Und ich kriege dafür Kills Warum auch immer Da scheinen hier Widerstandsgedöns Leute zu sein Aber wir Rüstung Die schnapp ich mir mal noch fix Ach so, ein Pech aber auch, ne? Ihr seid toter! Ihr seid toter! Ihr seid toter, ist alles in Ordnung, jawoll Da hast du recht Ah, deswegen durchfeuer Ich hab ja hier Feuer, Dings Feuer, Munition Okay, bei dir ist, glaube ich, Feuer gar nicht so sinnvoll, oder? Warm So, die verdammten Akebo-Hails, die ich halt auch sehr viel zu wenig genutzt habe Das entlegen wir den mal gerade so ein bisschen Zappritzel So Hallo, na, wie geht's dir? Kommst du mich besuchen? Das finde ich aber sehr nett Da kann man nicht einfach Nein sagen Da muss man mal Ja sagen Und mit offenen Armen Euch empfangen War's das? Scheinbar Gut, war mal auch ordentlich aufgeräumt hier Kann man ja mal so machen Okay, Hallöchen Ah, guck mal Ein Beil Endlich mal wieder Vier Leben Ja, warum nicht? Granaten haben wir genug Rüstung haben wir genug Muni haben wir noch nicht genug Ihr brutzelt alles fröhlich vor sich hin Mauer von New Orleans fertiggestellt Nach einer glamourösen Einweihungszeremonie wurde gestern die Mauer von New Orleans offiziell eröffnet Viele berühmte Generäle, Prominente und Minister des Regimes befanden sich im Publikum Diese Mauer dient dem Schutz der Bürger der amerikanischen Gebiete, verkündete der leitende Architekt Sebastian Williamson Während seiner Einweihungsrede, die das Publikum mit stehendem Applaus begrüßte Und das Virus des Terrors und der Niedertracht vor der Öffentlichkeit fernzuhalten Damit jedermann friedlich sein Leben leben kann In dem Wissen, dass wir für uns und Germanien eine bessere Zukunft aufbauen Ja Trump kann da noch einiges lernen Die haben es durchgezogen Bitte was? So, weggenagelt Ha Muni, muni, muni So, haben wir da drinnen wieder Alligatoren? Würde mich jetzt mal interessieren Hm? Da wären wir Ich kann die Tragödie nicht drückgängig machen Aber die Verantwortlichen bestrafen Das wäre halt vielleicht eine Idee, ne? Ich dachte, du wärst tot Wieso bist du nicht tot? Oh, und du erst Au Aber das war's wohl Wofür sie erst mit der Abkürzung durch dieses Gebäude Wäre vielleicht eine Idee Klopf, klopf Und noch dadurch Sehe ich gerade Und den ist halt auch nicht mehr allzu viel übrig geblieben hier Ach, Kinders, was macht ihr denn da? Lassen wir das gerade mit den schweren Waffen Nehmen wir dann lieber hier das Zeug noch mit Okay Und hier sollte ich wieder ein bisschen vorsichtiger vorgehen Bisschen leiser Besser gesagt Was ist das da? Eine Ratte Hi Ratte Ja genau Ich komm da mal mit, ne? Geht doch Ich dachte gerade schon Normal müsste ich da doch eigentlich durchkommen Oder mich halt quetschen können Ha, Beil Sehr schön Leben Okay Okay, Muni brauche ich gerade nicht Nix Der liegt halt da rum Und ruht sich ein bisschen aus Abhalten Hm 14 Meter 13 Hm Auch wieder über oder unter uns irgendwo Ah, das hier alles Da oben ist doch was Genau Genau, das könnte helfen, wenn ihr ein bisschen in Alarmbereitschaft bleibt Mir zwar nicht, aber vielleicht euch Abhalten Genau Genau Okay, bisher läuft das noch gut Erstaunlich gut Na gut, das wäre jetzt nur Waffengedöns gewesen Also eine neue Waffe Genau so sehe ich das auch Hier ist einfach nichts So ein Pech aber auch So, das wären die Kollegen gewesen Sehr schön Dann haben wir jetzt zumindest mal ein bisschen freie Bahn Ich bedanke mich fürs Zuschauen Hoffentlich habt ihr Spaß Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei Bis dahin Macht's gut Und ciao, ciao